Auslandsverschuldung, die Amerikaner verschulden sich im Ausland gerade extrem und dadurch kann es vielleicht gerade im Zuge von dieser quasi Aufteilung der Welt dazu kommen, dass vielleicht dieses neue System, das die BRICS-Staaten nutzen, vielleicht einfach das neue System ist, das eingezogen wird, um den US-Dollar gegen die Bahn laufen zu lassen, oder? Was ja auch dafür spricht, dass die Amerikaner im Hintergrund indirekt über den EWF ja da auch mitgestalten können. Wer jetzt die letzte Woche bei uns zugeguckt hat, der weiß, dass Ambridge ein Riesenthema war bei der BRICS-Sitzung in Kazan und dass Ambridge auch vom Internationalen Währungsfonds mitentwickelt wurde. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass eventuell US-Dollar, Schuldner oder Gläubiger in dem Sinn dann leer ausgehen können. Und dementsprechend kann ich jetzt Analysten wieder deutlich besser verstehen, die bei Silberpreisen von 100 Dollar und 150 Dollar sprechen, weil wenn ich es in Relation setze, ist das auf jeden Fall ein adäquater Gegenwert. 100 US-Dollar, das wird nicht morgen kommen, aber wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, ist das ja nicht unrealistisch, oder? Das ist auf jeden Fall realistisch. Also das ist schon ein sehr, sehr perfides Spiel und derjenige, der Dollargläubiger ist, könnte am Schluss schwere Probleme kriegen. Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Goldshow. Wir befinden uns in Portugal, in der Nähe von Lissabon in Qashqai. Rüdiger Götz, herzlich willkommen. Wir haben spannende Themen dabei, oder? Lieber Bene, ich begrüße dich auch. Schön, tolles Umfeld. Die Sonne geht gerade unter. Mal ein Zoom, nicht zwei Zooms. Zwei Zooms, ja genau. Alle parallel auf einem Bild. Herzlich willkommen an alle Zusehen. Cool, wir haben heute richtig spannende Themen dabei. Wir schauen uns die neue BRICS-Währung an, beziehungsweise das neue, nicht nur Abrechnung, sondern Bezahlsystem, BRICS Pay. Wir schauen uns an, welche Neuigkeiten es gibt von unserem Edelmetallhändler, warum wir überhaupt hier mit Edelmetallpartnern aus über 13 Ländern der Welt hier in Lissabon sind. Und wir haben auch ganz spannende Sachen zum Thema US-Dollar und Lateinamerika und auch US-Dollar und Euro, warum die Importe immer teurer werden und wir dadurch die US-Amerikaner finanzieren. Also wirklich spannende Themen heute, oder? Habe ich mich schon drauf gefreut. Ja, erste Frage. Wir sind hier in Qashqai, in Lissabon. Was machen wir denn hier heute mit diesen ganzen Partnern aus aller Welt? Also im ersten Moment habe ich mir überlegt, Qashqai, schauen wir uns Autos an? Nee, also wir schauen uns keine Autos an, sondern wir schauen uns an, was es alles für Möglichkeiten über die Welt verteilt gibt und was es Neues in der Edelmetallwelt gibt. Was es Neues für Innovationen gibt. Also vor Zeiten war ja die erste Innovation der Switchpilot, was es uns ermöglicht, einen automatisierten Wechsel zwischen Silber und Gold und Gold und Silber, was natürlich ein perfektes Instrument ist, um hier Mehrwert zu schaffen. Und dementsprechend wird es auch dieses Wochenende bestimmt wieder tolle Neuerungen gegeben, die wir dann unserer Community zur Verfügung stellen können. Ja, mega gut. Und das ist extrem cool. Wir hatten heute auch schon ein Interview, wo ich zwei Mitarbeiter von der Auvesta, die schon seit Jahren dort arbeiten, interviewen durfte. Und das Spannende ist, dadurch, dass wir mit unserem Händler ja wirklich international aufgestellt sind, haben wir unglaublich viel Innovationskraft. Dieser Switchpilot, das habe ich heute auch erfahren, ist ja eigentlich dadurch zustande gekommen, dass bei der Einlagerung von Silber, Platin, Perlarium ja die Umsatzsteuer frei ist, wenn man in einem zollfreien Lager lagert. Und dann gab es ja dieses Problem, und das ist ja auch ein kleiner Hack für alle unsere Kunden, für die Community. Wenn ich jetzt das Silber zum Beispiel kaufe, dann spare ich am Anfang die Umsatzsteuer und jetzt will ich es vielleicht mir ausliefern lassen. Das ist ja blöd, weil jetzt muss ich ja die Umsatzsteuer wiederzahlen. Was mache ich denn dann? Der Idealzustand ist ja, dass ich keine Umsatzsteuer bezahle, weil dann würde ich ja weniger Ware bekommen. Also ist die Idee ja gewesen zu sagen, ich nehme ein belastetes mit Weißmetall, Silber, Platin, Palladium und tausche das vor der Auslieferung in ein unbelastetes Edelmetall, Gold. Und in dem Moment, also wenn ich diesen Trick anwende, diesen Trick in Anführungsstrichen, ein Hack, wie du es nennst, dann kriege ich 19% mehr Ware, die zu Hause bei mir ankommt und ich habe physische Ware im Keller. Ja, also das ist extrem interessant. Heute war ein sehr schönes Bild, nämlich was ich da einfach mache, ist ich tausche die Farbe des Metalls und dann, wenn ich es ausliefern lasse, habe ich dann nicht 19% Abzug durch die Steuer, die ich den Staat zahlen muss, sondern wenn ich bei Gold bin, Anlagegold, Umsatzsteuer frei. Also ich habe 100% vom Kuchen. Und das Interessante ist, dann hat der Händler irgendwann festgestellt, dass die Leute, also dass Kunden, so richtige Edelmetall-Nerds angefangen haben, einfach diese günstigen Konditionen zu nutzen und die ganze Zeit die Edelmetallfarbe zu tauschen von Gold in Silber, Silber zu Gold, um diese Gold-Silber-Ratio, die wir auch in vielen Videos haben, zu nutzen. Dadurch ist der Switch-Pilot entstanden. Ist ja auch ein perfektes Instrument, weil früher musste ich die Ware ja tatsächlich bewegen. Wir haben Kunden, die sind mit Kinoweise mit der Ware zum Händler und haben Silber in Gold getauscht und dementsprechend auch wieder Gold in Silber. Also das Währungsgeschäft, so wie wir heute Euros oder US-Dollar oder Schweizer Franken in Edelmetalle tauschen, kann ich auch als Tausch der Währung unter den Edelmetallen sehen. Das heißt, dass ich meine Währung Silber in die Währung Euro tausche oder in die Währung Gold. Und in der Regel, wenn ich es gut anwende, dann habe ich in der Währung Gold immer mehr. Und dann werden wir sehen, was jetzt hier, wenn wir uns heute andere Währungspaare anschauen, wie argentinischer Real zum US-Dollar. Peso. Peso war es. Peso? Argentinische Peso. Brasilianischer Real. Also wenn man da sieht, wie sich die Währungen untereinander verhalten, kann ich auch dieses Währungsverhalten zwischen den Edelmetallen, zwischen Gold und Silber und Silber und Gold, die Profis dann auch zwischen Platin und Gold oder Palladium und Silber. Also es ist ja ein unendliches Spielfeld ohne Einschränkung von 19 Prozent Umsatzsteuer. Ja, mega stark. Und das ist jetzt auch der Hinweis für alle. Wir werden jetzt in die Themen reingehen. US-Dollar, aber auch ganz interessante Themen zum Thema Silber. Für alle, die Neuigkeiten erfahren wollen, die wir hier jetzt in den nächsten Tagen hier lernen, mitbekommen, am nächsten Dienstag ist wieder Workshop-Tag. Dort werden wir eine Zusammenfassung machen mit allen Neuerungen, wie Edelmetall-Kunden quasi auch in 2025 mehr aus ihrem Gold rausholen und Silber rausholen können mit einem Switch-Pilot und wie das vielleicht auch für jeden möglich ist. Ja, lass uns da mal was anschauen. Du hast beim Thorsten Schulte, hast du da was gefunden? Wir haben einfach mal ein paar Screenshots gemacht. Wir werden dieses Video vom Thorsten Schulte auch verlinken, weil diese Informationen, denke ich, jeder sehen muss. Da hast du ein paar Sachen zusammengesucht. Gehen wir die mal durch, oder? Ja, also ich würde jetzt nur einen Ausschnitt anschauen, weil wer Spaß daran hat. Also es ist sehr, sehr fundiert, das Video vom Thorsten Schulte. Und er hat auch alle Quellen hinterlegt. Also es ist alles perfekt recherchiert und jeder kann das nachvollziehen. Also ich würde da jetzt nur ein, zwei Grafiken anschauen. Also dementsprechend. Aber was für uns ganz wichtig ist, ist zum Beispiel hier, wenn wir uns die Weltwährungsreserven in Milliarden US-Dollar anschauen und in Rot sozusagen sind die wertlosen Dollar und in dieser schwarzen Grafik ist die Goldreserve in Prozent. Und ohne da jetzt näher darauf einzugehen, man sieht hier einen riesen Unterschied zwischen der schwarzen Kurve, wo wir uns ungefähr, ich sage jetzt mal auf der linken Seite, bei 21 Prozent befinden und bei der Verschuldung ungefähr bei 80, 90 Prozent. Und schon allein deswegen, das spricht immer für Sachwerte. Das heißt, was wir hier ja sehen ist, das Papiergeld oder die Papierwährungen werden gedruckt wie verrückt. Gerade ich würde sagen, haben wir hier gerade so um das Jahr 2000 und dann geht es richtig los, die Party. Und das dahinterliegende Gold, das nimmt ab. Ja. Und dementsprechend sieht man ja in der Überschrift schon, trotz Goldpreisrekord sind die Goldreserven der Notenpanken gerade mal bei 21 Prozent der gesamten Währungsreserven. Also das ist ein Sandkorn in der Wüste. Ja, sehr, sehr spannend. Du sagst einfach Stopp. Ich glaube, das war auch extrem spannend. Das ist super interessant, weil wenn wir uns jetzt auch noch das Thema Bricks Pay uns anschauen, wo wir ja auch nochmal einen kurzen Blick drauf schmeißen können, was da die letzte Woche in Kazan besprochen wurde. Die wichtigste Kurve ist die, die da unten zeigt, also die überproportional nach Süden zeigt. Der Weg nach Süden ist in der Regel schön für diejenigen, die in der Sonne Urlaub machen wollen. Aber die, die die Dollarschulden haben, die werden mit dieser Kurve keinen Spaß haben, weil hier sieht man die Verschuldung der einzelnen Länder. Und egal, ob ich Deutschland, China, Japan, die Schweiz, das Euroland nehme, die USA sind im Ausland über die Maßen verschuldet. Und dann kriegt diese neue Bricks-Möglichkeit, das Zahlungssystem, eine ganz andere Qualität aus meiner Sicht. Weil wenn ich jetzt meine Schulden loswerden will, was ja in der Regel bei Währungen zwischen 80 und 100 Jahren in der Regel maximal dauert, dann würde das jetzt bei den Amerikanern dafür sprechen, dass sie sagen, naja, klar, wir tun heute alles in Dollar faktorieren. Wenn es eine Alternative gibt, dann sagen wir halt, das war in Dollar faktorieren, war nur Spaß. In Zukunft machen wir es mit einem neuen System. Und dieses neue System heißt Ambridge. Und wer jetzt die letzte Woche bei uns zugeguckt hat, der weiß, dass Ambridge ein Riesenthema war bei der Ricks-Sitzung in Kazan und dass Ambridge auch vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, mitentwickelt wurde. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass eventuell US-Dollar-Schuldner oder Gläubiger in dem Sinn dann leer ausgehen können. Das heißt, deine These ist, die Amerikaner verschulden sich immer mehr im Ausland und dadurch kann es vielleicht gerade im Zuge von dieser quasi Aufteilung der Welt dazu kommen, dass vielleicht dieses neue System, das die BRIC-Staaten nutzen, vielleicht einfach das neue System ist, das eingezogen wird, um den US-Dollar gegen die Wand laufen zu lassen, oder? Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil was ja auch dafür spricht, dass die Amerikaner im Hintergrund indirekt über den EWF ja da auch mitgestalten können. Also die sagen auf der einen Seite, das SWIFT-System lassen wir vielleicht auslaufen, oder gibt es ab 1. Januar nicht mehr, ohne Jahreszahl jetzt. Und dementsprechend mache ich nur noch das neue System, BRICS Pay, was Peer-to-Peer läuft. Das heißt, von mir direkt zu dir, und wer das mal googeln will, da gab es im letzten halben Jahr auch schon riesen Weizenkäufe, die dementsprechend nicht mehr in US-Dollar, sondern schon über das neue System Peer-to-Peer abgebildet wurden. Ja, das ist unglaublich interessant. Ich mache hier mal kurz einen Break, weil ich da auf etwas eingehen will, was in Deutschland ja nicht groß thematisiert wird, nämlich der US-Dollar und südamerikanische Währungen. Und das möchte ich hier zur Verdeutlichung, weil wir gerade über das Thema sprechen, Auslandsverschuldung. Die Amerikaner verschulden sich im Ausland gerade extrem. Und das möchte ich mal kurz am Thema südamerikanische Länder erklären. Ich habe, wie viele ja wissen, einen Wohnsitz in Paraguay und habe dementsprechend verfolgt, sehr intensiv mit der paraguayischen Währung, dem Guarani. Es ist per se eine sehr, sehr stabile Währung. Aber was wir hier sehen ist, der US-Dollar-Gurani-Chart im letzten Jahr, der steigt extrem an. Und dass das kein Einzelfänomen ist, weil die paraguayische Notenbank vielleicht irgendwie Quatsch macht, sondern ein System hat, sehen wir zum Beispiel auch am brasilianischen Real. Also auch da geht die Kurve nach oben. Und wenn wir uns das mal anschauen, Rüdiger, dann heißt es doch, die Währungen, die Landeswährungen werden im Vergleich zum US-Dollar weniger wert. Der Import wird teurer. Die Leute müssen mehr für vielleicht Getreide zahlen, die sie importieren, für Öl und so weiter, oder? Für alle Rohstoffe, für alles, was sie selber nicht im Land haben. Und in diesen südamerikanischen Ländern wirkt sich das natürlich extrem aus, wie man in den Kurven sehen kann. Aber wir sehen das auch schon relativ nah. Wir sind heute in Lissabon im Euro-Dollar. Da wird auch der Euro-Dollar abwerten. Und das heißt, dass jeder, der die Rohstoffe kaufen muss, der muss mehr bezahlen. Und das wird wieder dazu führen, dass in solchen Ländern die Inflation steigt. Wenn ich steigende Inflation habe, dann werden sich die Zinsstrukturkurven wieder verändern. Also das ist schon ein sehr, sehr perfides Spiel. Und derjenige, der dollergläubiger ist, könnte am Schluss schwere Probleme kriegen. Und um das einfach nochmal zusammenzufassen, auch geopolitisch, was das denn bedeutet. Die Notenbank zum Beispiel in Paraguay hat das Problem, dass auch von der Politik, von der Gesellschaft gefordert wird, dass dieser Wechselkurs wieder normalisiert wird. Dass diese ganzen Waren und Güter wieder günstiger werden. Ja, weil auch in Paraguay haben die jetzt eine Inflation. Und das ist für die Leute extrem problematisch, wie in Deutschland oder in der Eurozone auch. Und was jetzt die Notenbank machen muss, die müssen US-Staatsanleihen kaufen oder US-Dollar kaufen, um den Kurs wieder zu drücken. Und dementsprechend müssen sie sich umso mehr in US-Dollar verschulden. Also die Auslandverschuldung von den Amerikanern steigt genau durch solche Maßnahmen. Und jetzt ist meine Frage, hat das System, dass Amerika gerade versucht, diese Staatsanleihen, die durch Russland, China jetzt wegfallen, zu kompensieren mit anderen Ländern oder zum Beispiel der Eurozone? Also den Eindruck hat es auf jeden Fall. Weil was wir auch sehen müssen, die letzten Versteigerungen an amerikanischen Treasuries sind ein Debake gewesen, in Anführungsstrichen. Also die sind nicht gut gelaufen für den amerikanischen Staat, weil die wollte keiner mehr. Also muss ich ein System entwickeln, damit die Nachfrage wieder überproportional steigt. Und wenn ich ein System mache, wo ich das aktiv beeinflusse, also ein klassisches Beispiel ist vor ein paar Jahren gewesen, der Schweizer Franken. Da hat die Nationalbank den Schweizer Franken bei einem Schweizer Franken zu Komma 20 gehalten und hat interveniert, 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 weil ansonsten wäre ja Inflation in der Schweiz gewesen. Und ab einem gewissen Grad kann die Nationalbank das nicht mehr halten und hat den Kurs freigegeben und dann ist es nach unten gekracht bis auf 86 Rappen. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele, die Währungsgeschäfte gesagt haben, ja, wir sichern uns ab. Wir machen ein Absicherungslevel bei 1,10. Bei 1,10 wurde aber kein Preis gestellt. Die wurden bei 86 Rappen liquidiert. Das heißt, die hatten 30 Prozent mehr Schulden. Und ein ähnliches System schaut im Moment so aus, als würden die Amerikaner das ähnlich machen, dass sie sagen, sie wollen etwas künstlich nach oben pushen, dass Treasuries, dass wieder neue Gläubiger an den Markt kommen und sozusagen auf ihrer Seite nochmal den Turbo anschmeißen. Ja, ich möchte jetzt hier nochmal reingehen, weil es vielleicht wirklich thematisch für viele interessant ist, was da passiert. Ich stelle mir das vor wie so ein Kragen, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn du da einmal in dem System drin bist, als schwaches Land, ja, Kino, Russland sind stark gelähnt, aber als schwaches Land, du kommst ja nicht mehr raus. Du als Schweizer Bankier hast ja auch diese Schweizer Perspektive noch. Wenn die Schweizer ihren Wechselkurs stabilisieren wollen, dann müssen die doch ganz viele Euro-Staats allein kaufen, oder? Die müssen Euros kaufen. Und dementsprechend hat der Herr Jordan damals, der Chef von der Nationalbank, aus meiner Sicht das einzig Richtige getan. Er hat gesagt, er will nicht mehr auf Teufel komm raus den Schweizer Franken stützen, sondern er lässt wieder den Markt entscheiden. Und da sind wir jetzt beim Kurs, ich sage jetzt mal bei 93, 94, 95 Rappen. Das ist der Markt. Und der Markt wird es regeln. Der Markt wird beim Dollar brutalst beeinflusst. Das wird irgendwann mal, so wie wir schon öfters mal über den Silberpreis gesprochen haben, wie ein Gummiband in eine Richtung schnalzen. Und eventuell ist die neue Bricks-Währung, dieses Peer-to-Peer-System mit Ambridge, ein mögliches Ventil. Ja, dann lass uns doch gerne nochmal zwei, drei Grafiken anschauen von Thorsten Schulte. Weil da wirklich viel drin ist. Du sagst Stopp. Stopp, stopp, stopp. Da sind wir mittendrin. Kann auch jeder mal gucken. Ambridge. Schau mal, ob das... Schau mal, geht das? Machen wir schnell. Schau mal. Ambridge. Genau. Bricks Pay. Bricks-pay.com Kann jeder schon sozusagen drauf gehen. Bei meinem Handy ist das Android noch zu neu. Da geht es scheinbar nicht. Aber iPhone. Ich ermutige jeden bitte, testen. Eine Kreditkarte hinterlegen aus dem Swift-System und schauen, wie es geht. Ich freue mich über alle Kommentare, ob es schon active läuft. Ja, drauf gehen und Spaß haben. Ja, genau. Wichtig, wichtig. Interessanterweise ist es ja, dadurch, dass es Blockchain-basiert ist, Peer-to-Peer, angeblich nicht nachvollziehbar. Also, kommentiert das gerne mal rein, auch was ihr von diesen neuen Bricks-Pay-Halter und ob ihr schon die ersten Erfahrungen gemacht habt. Ein mega interessantes Thema. Schauen wir mal, du wirst gleich wieder Stopp sagen. Das ist schon mal sehr spannend. US-Staatsschulden, ausufernd. Da sieht man die Staatsschulden in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, die Amerikaner, so lange können die gar nicht umsonst arbeiten, wie sie jetzt schon Schulden haben. Und wenn man sich anschaut, welche Schulden die Amerikaner, egal welche Couleur jetzt, übermorgen, Dienstag, Mittwoch, Fünfter ist, glaube ich, Wahl. Ja, Fünfter ist Wahl. Irgendwann ist Wahl, ja. Irgendwann ist Wahl. Vom Grundsatz her ist es wahrscheinlich egal, wer die Wahl gewinnt. Die Schulden werden überproportional weitergehen. Also der eine spricht von sieben Billionen, die andere von knapp fünf Billionen. Also der Schuldenberg wird überproportional weitergehen. Und wenn ich ein Geldmengenwachstum habe, überproportional, dann wissen wir alle, was mit den Sachwerten passiert. Die gehen durch die Decke. Das ist jetzt die nächste sehr, sehr spannende Grafik. Wenn wir uns hier anschauen, die oberen, der Rentenmarktkapitalisierung und das Geldmengenwachstum wird aktuell nicht mehr veröffentlicht. Was? Vielleicht kurze Frage, was sehen wir denn hier auf aufgelistete Rentenmarktkapitalisierung? Was ist das? Das sind alle Treasuries und sozusagen Bundesschatzbriefe der Amerikaner. Also alles, was in ein festverzinsliches Wehrpapier in dem amerikanischen Markt zu finden ist. und die Geldmenge M2, glaube ich, hat er hier mit aufgeführt, die wird aktuell nicht mehr veröffentlicht. Da haben wir ein irrsinniges Wachstum bei der US Debt Clock. Da ist es noch mit drauf. Kann ich jeden nur ermuntern, da mal drauf zu gucken. Und da sich dann auch immer wieder mal das Paper-to-Silver-Verhältnis, ich gehe davon aus, dass wir da heute schon bei 410 zu 1 sind. Schauen wir kurz drauf, schon. Schauen wir kurz drauf. Wäre es wirklich eine spannende Sache, weil kommt jede Woche ungefähr ein Punkt mehr dazu. Also heute haben wir wirklich ausführlich, aber ich glaube, es ist mega spannend, Gold, na, US Debt Clock. US Debt Clock. Debt Clock. Org. Also ihr seht, wir schauen immer wieder auch ähnliche Webseiten oder die gleichen Webseiten an, weil einfach gewisse Evergreens immer zutreffen und wichtig sind. Oh, da haben wir was Neues. Ein Stück weiter oben, Paper-to-Silver, 409. Eine gute Schätzung. Gehen wir hier mal rein. Eine gute Schätzung. Und das ist ja für uns immer ganz wichtig, oder genau dieses Thema immer wieder anzuschauen, die Paper-to-Silver und Paper-to-Gold-Ratio. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das? Also das heißt, 410 Leute gehen leer aus, wenn es zum Schwur kommt, weil es gibt nur eine Unze. Und beim Gold ist es ähnlich, 131 zu 1. Da waren wir vor Zeiten noch bei 120. und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie hier auch mit Papier-Gold und Papier-Silber-Schöpfungen die Preise beeinflusst werden. Das heißt, das ist ein klassisches Beispiel, Zirkusdirektor vorne hat die Unze Gold und dann haben wir 400 Leute im Raum, jeder hat ein Ticket, da wo drauf steht, dir gehört auch eine Unze Gold. Ist aber nicht so. Genau. Pech gehabt. Wie heißt es? Man muss auch verlieren können. Man muss auch verlieren können. Was ich hier jetzt sehe, ganz interessant, da steht G7-GDP, also die Wirtschaftskraft der G7 und GDP der BRICS, das ist ganz neu und das im Verhältnis zu Gold. Hast du das schon mal gesehen? Ich habe es schon gesehen, aber ich habe es noch nicht bewertet. Ich finde es eine spannende Grafik in dem Sinne, dass es fast der Faktor 2 drin ist. Also das drückt die Verhältnismäßigkeiten der Kraft der G7 und der BRICS-Staaten aus. Das ist schon beeindruckend, muss man wirklich sagen. Das heißt, was man hier eigentlich ablesen kann, ist, es wird quasi die Wirtschaftskraft bewertet in der Währung Gold, oder? Richtig. Und da sehen wir eigentlich, die BRICS sind doppelt so stark. Und das ist eine interessante Sache, weil G7, wer ist da dabei? Amerika, Deutschland, Japan, Japan, die Franzosen, die Franzosen. Und wenn wir jetzt allein diese vier nehmen, das sind auf dem Papier die größten Goldbesitzer. Das sind die größten Goldbesitzer. Also, und jetzt kann man sich überlegen, das GDP von den BRICS, obwohl sozusagen der Goldbesitz viel, viel niedriger ist, ist es das doppelte Bruttoinlandsprodukt. Und das ist, also das drückt Macht aus. Ja. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz zurück. Genau, hier waren wir stehen geblieben, war ja, was du oben gesagt hast, die Geldmenge. Und das sind alles große Zahlen. Hier haben wir Aktien, Marktkapitalisierung, das ist ja auch noch recht viel. Und kann sich auch mal schnell halbieren. Ja. Die nächste Krise, tun wir da mal 30 Prozent weg. Das ist ungefähr das, was in der Corona-Krise innerhalb von vier Wochen vernichtet wurde. Also, das kann mal ganz schnell gehen. Vielleicht auch wieder mit einer schnellen Erholung, aber grundsätzlich sollte man sich das schon überlegen. Also, das ist, aber was ich ganz, ganz interessant finde, die Silberlagerbestände, die vorletzte, die vorletzte Zeile. 173.800 Millionen Dollar. Das ist beängstigend wenig. Also, da zählt ja jetzt, würde ich jetzt mal so sagen, flopsig, da zählt ja unser gelagertes Silber auch mit rein. Die Frage ist, an welcher Kommastelle. Aber, wenn man das mal bewertet, wir haben oben die Rentenmärkte, die Geldmenge, die Aktienmarktkapitalisierung. Da kommen ja noch Verschuldung, Immobilien und so Zeug dazu. Und wenn man das ins Verhältnis jetzt zu dem Sachwert Silber, das ist ja, das ist ja ein Sandkorn in der Wüste, oder? Und das ist ein Zehntel. Und dementsprechend kann ich jetzt Analysten wieder deutlich besser verstehen, die bei Silberpreisen von 100 Dollar und 150 Dollar sprechen, weil wenn ich es in Relation setze, ist das auf jeden Fall ein adäquater der Gegenwert? Für das, dass es unten was Physisches ist, was oben in der Regel Luft. Das heißt, das wäre eigentlich auch wieder ein schöner Titel für ein Video, oder? 100 US-Dollar? Ist das, wenn man das jetzt mal, das wird nicht morgen kommen, aber wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, ist das ja nicht unrealistisch, oder? Ist auf jeden Fall realistisch, weil wir haben eine Riesenmarktnachfrage, auch durch die ganzen Krisen, die wir immer wieder haben hier auf dieser Welt, die vielleicht auch produziert sind, wollen wir nicht drüber reden, aber die werden Silber verschlingen, weil jeder Computer hat den Superleiter drin, dann die Warenbestände, die Lagerbestände gehen überproportional runter in der Comex, keiner lässt es mehr liegen, sondern die meisten Leute lassen es sich ausliefern, also gerade von den Zentralbanken, weil die trauen sich scheinbar untereinander auch nicht mehr so richtig, also da sind schon viele Faktoren, die dafür sprechen, und hier das Verhältnis 1 zu 10, beeindruckend. Ja, und was auch beeindruckend ist, also ganz interessant, das drunter, Silberproduktion der Minen 2023, von 830,5 Millionen Unzen, der Gegenwert sind dann dementsprechend 25,7 Milliarden, auch das ist ja nichts. Ja, und wenn wir die Nachfrage bei über 1000 Millionen Unzen sehen, das Defizit wird jedes Jahr größer. Das heißt, dementsprechend ist auch verständlich, warum hier der Thorsten Schulter ein absoluter Silberfan oder auch der Silberjunge ist, weil es ist wirklich ein unglaubliches Metall, oder? Kann ich ihn nur unterstützen, also dementsprechend, und die Zahlen sind perfekt recherchiert, also es wird keiner irgendwas finden, was nicht stimmt, also was er nicht selber nachvollziehen kann. Deswegen gerne auch da die Verlinkung von Thorsten Schulter, also das ist tiptop recherchiert. Schauen wir noch, ob du noch einmal Stopp sagst, sonst sind wir hier mit dem Thema, glaube ich, durch. Ja, ist heute eh lang, oder? Aber ich glaube, macht mir Sinn, dass wir mal ein bisschen ausführlicher sprechen, oder? Ja, wir haben ja keinen Stress heute. Ja, das ist ja auch bei der Tachles-Sendung von Robert Stein und dem Thomas Rüppel auch so, die sagen ja auch immer, da muss ja auch ein Prackerfahrer mal ein paar Stunden Zeit haben, oder? Um sich das anzuhören. Ja, so lange reden wir ja nicht. Ja, sehr schön. Na, spannend. Für alle, die sagen, hey, Gold, Silber, total interessant, ich möchte mehr erfahren, ich möchte vielleicht auch wissen, wie funktioniert das, dass ich meinen Gold, Silber switche. Nächsten Dienstag ist unser zweiwöchentlicher Workshop und da werden wir Neuigkeiten von uns, von unserem Händler präsentieren, die in Zukunft auch für viele unserer Kunden, Community-Mitglieder gelten und ja, dann ist die Frage, hast du noch was? Natürlich wie immer abonnieren, Kanal. Ich bin total begeistert, vor einem Jahr haben wir noch über 3000, 4000 Abonnenten gesprochen, jetzt sind wir irgendwo bei 17.000, 18.000. Herzlichen Dank. Geht durch die Decke, dank euch. Herzlichen Dank und es freut uns, wenn wir euch immer einen Mehrwert bieten können, der euch dazu animiert, das zu abonnieren, zu kommentieren, und auch zu teilen. Genau. Ja, haben wir hier, vielleicht sieht man das, da. Werbung, das ist jetzt der Werbeeinblick. Das ist die Werbeeinblick. das gehen wir bald auf die 20.000 zu, also mega stark. Das heißt, das Brot des YouTubers, wir sind ja keine YouTuber, das Brot des YouTubers sind Likes und vor allem Abos. Das heißt, wir wissen, dass viele immer wieder zurückkehren, die Videos anschauen. Ich kann euch nur den Hinweis geben, drückt auf die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst, sofern euch diese Inhalte gefallen. Genau. Und wir schauen immer aktuell zu sein, so wie heute, aktuelles Bricks Pay, dass ihr immer aktuell tatsächlich einen Mehrwert habt. Alles klar. Das war es, glaube ich. Das war zum Sonntag. Das war zum Sonntag. Bis dann. Wir sehen uns am Dienstag, oder? Servus. Bis dann. Vielen Dank.